Kanadier, vereinigt euch. Es ist nicht alle Tage. Der Brite, er ist so gut wie verloren. Schottland gehört uns. Schottel. Auch wenn der Brite gerade Luft überlegen hat, gibt es. Wir lassen uns nicht täuschen. Wir werden zurückschlagen. Ist das Populismus, was ich betreibe? Nein, du motivierst nur deine Leidens. Oh, jetzt aber. Los! Oh mein Gott. Ha, Portugal ist auch bald faschistisch. Ha, ha, ha. Scheiße, ich brauche wieder Konvois. Ich habe keine Konvois. Eieieieie, da geht's doch jetzt ab mit Chile, Peru, Argentinien. Ja, das ist doch so. Du, 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 du. solltest dich einem Mann, wer seinen Reit macht. Du, 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 du. Ich bin. Sohn, nee, Argentinien bleibt bei dir. Ich bin für dich. Äh, hier, äh, äh, Moment, äh, ich will sagen, äh, ich gebe dir Mauritanien zurück. Willst du nicht mehr haben? Nein. Okay. Kann ich eigentlich, habe ich, habe ich irgendwie, ich habe doch, äh, wo? Nicht, ne? Ja, jetzt geht es mit Uruguay zu Ende. Scheiße. Ich. Attack, 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 attack. From there? From there? Du baut mir keinen leichten Baum, sagst du mir nirgst. Eine Division, willst du mich rollen? Löschen, löschen, löschen. Und Frontlinie, 16 Divisionen, passt. Auf! Also das Großbritannien glaube ich Die müssten die sich schon ordentlich anstrengen, dass sie glaube ich das wieder zurückholen, was wir jetzt da haben Okay, da war es mit meinem Spiel mit Irland, wo ich sie auch Drei Viertel eingelogen haben, wo sie zurück schlagen waren, aber wo war ich da? Aber diesmal sind die Vorzeichen ganz andere Was mich bloß ein wenig wundert ist, was bei Irland so ein wenig los ist, weil Irland ist enorm stark, finde ich Irland, die können wir fahren, nach den Engländern Was ist das für vierte Visionen hier, so? Hallo? So? Hä? Nein! Da hin und, äh, ja! Au! Hitz eh mit Uruguay Oleg, Polen wird verschlungen Wie ich es gesagt habe Polen war einmal, hä? Schaut's bei dir da drüben aus, du kämpfst immer noch mit Uruguay Ja, aber jetzt, jetzt geht's da hin mit dem Ey, Chile hält sich immer noch, ist ja übel Ja, ja, ich hab jetzt einmal beschlossen, ein wenig Waffenstillstand mit Großbritannien auszuhandeln Ja, ja, ich hab jetzt einmal beschlossen, ein wenig Waffenstillstand mit Großbritannien auszuhandeln Wir wollen die Insel komplett Na, ich hab jetzt einmal gesagt, die sollen jetzt einmal genauso spüren, wie das ist, wenn man Teile eines Landes besetzt, auf das man Anspruch hat Ja, oh, die Zahn ist weg Sowjetunion, okay, ich schaue, mal wieder nach Europa schauen, muss ich auch schauen Die Sowjetunion ist schon enorm, na Das ist Lettland, habe ich Huh? Oh 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 Alack! Unstallige Juni! Jett Gott! Kriegisch ist mehr? Wir haben nicht außerhalb in den Komma ziehen. Was ist die? Oh, die beiden verkehrt ist. Ich sehe die, die wird. Oh, Aua. Ach, Schittificker. Schittificker. Oh, jetzt ist er dran. Ich denke mal, geht denn doch noch nix. Nee. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh oh. Okay, Männer, wir brechen über Newcastle durch. Weiter Richtung, was ist denn das Manchester genau? Und irgendwann stehen wir dann, irgendwann vor London. London has all. Genau. Und so wie das aussieht, kämpft Italien wahnsinnig für Frankreich, also in Frankreich. Boah, ist stark. Los geht's, Angriff. 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 Angriff, Angriff. Angriff! Ach, das ist unterwegs immer so. aber nur drei schwieriger kampf da oben